Oh, hallo Barbie. Wie geht's dir denn? Hallo Nicole. Barbie, ich hab eine Überraschung für dich. Morgen früh um 9 Uhr wirst du abgeholt. Mach dir einen Koffer zurecht. Da, wo du hingehst, ist es warm. Vergess deinen Bikini nicht. Was? Tja, ich wollte das Wochenende mit meiner Freundin Teresa verbringen. Teresa kann ruhig auch mit. Wirklich? Super. Alles klar. Tschüss, bis morgen. Tschüss Nicole. Seid ihr auf meine neue Überraschung gespannt? Das ist ein neues Flugzeug. Als erstes klappen wir die Flügel aus. Und jetzt ist der Schweif an der Reihe. Sollen wir mal einen Blick ins Flugzeug werfen? Hier haben wir zwei Sitze. Man kann sie vor und zurück schieben. Sie drehen sich sogar. Und man kann daraus ein Bett machen. Hier haben wir zwei Klappen. Da können die Fluggäste ihr Handgepäck reintun. Das ist ein Servierwagen. Da kommt jetzt was zu essen rein. Wir haben für Barbie und ihre Freundin Salat. Und Sushi. Und Wasser. Vielleicht möchten sie während dem Flug ein kleines Nickerchen machen. Hier haben wir zwei Decken. Und zwei Kissen. So, das Flugzeug von Barbie Airlines ist bereit für den ersten Flug. Wir kommen. Oh, ich bin so aufgeregt. Wo es wohl hingeht? Keine Ahnung. Nicole, danke für diese Reise. Aber du hast uns immer noch nicht gesagt, wo es hingeht. Das werdet ihr schon bald sehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Und natürlich einen guten Flug. Ich wollte schon immer mal auf den Malediven Urlaub machen. Ich auch. Ich wünsche euch noch mal auf den Malediven Urlaub. Ich wünsche euch noch mal auf den Malediven Urlaub. Ich wünsche euch noch mal auf den Malediven Urlaub. Ich wünsche euch noch mal auf den Malediven Urlaub. Vielen Dank.